Das Auto aus Schwarte gibt es seit Oktober 1984 in Haselünnel. Nach 34 Jahren verfügen wir mittlerweile über acht Standorte mit 622 Mitarbeitern und 91 Auszubildenden, die in verschiedenen Bereichen ausgebildet werden. Auf diesem Wege suchen wir auch neue Auszubildende, die die Möglichkeiten des Aufstiegs im Betrieb haben. Der Mechatroniker bei uns im Hause hat auch die Chance auf spätere Übernahme. Ich bin selbst auch als Auszubildender hier im Hause angefangen und arbeite heute als Serviceleiter im Hause. Also auch als Mechatroniker ist die mit Ende der Ausbildung nicht das Ende der Fortbildung gegeben. Ich mache hier bei Schwarte eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Die Ausbildung dauert an sich dreieinhalb Jahre. Man kann danach noch sich weiterbilden lassen zum Meister oder man macht seinen Servicetechniker. Hier bei Schwarte haben wir, finde ich, ein persönliches sehr gut passendes Team, nette Arbeitskollegen. Durch die Ausbildung hier habe ich auch eine Menge Leute kennengelernt. Wir treffen uns abends auch mal so privat. Das macht wie ich Spaß.